Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute schaue ich sehr blass aus. Normalerweise zeige ich mir, was wir tun, aber ich schaue ein bisschen scary aus. Bisschen viel Puder heute benutzt. Und zwar machen wir eine Review zur Anastasia Beverly Hills Primrose Palette. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Bei mir ist ein Ton ein bisschen zerbrochen gekommen, aber es geht trotzdem, ich kann es euch glaube ich trotzdem zeigen, genau, er fliegt nicht raus. Ich habe ihn wieder ein bisschen zurückgepresst. So, ich würde sagen, ich zeige euch mal die Palette von Naan und wie ihr schon erkennen könnt, haben wir diese zwei Facetöne. Anastasia Beverly Hills hat die zwar als Blush bezeichnet. Ich werde jetzt den trotzdem als Bronzer benutzen. Wow, super powdery, aber schauen wir mal. Pigment ist auf jeden Fall da. Es lässt sich auch verblenden. Für mich ist das eine schöne Bronzerfarbe, aber so viel Fallout, Wahnsinn. Ui, 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 ui. So, ich zeige es euch jetzt. Und zwar, ihr seht jetzt diesen Punkt und den muss man dann irgendwie verblenden. Das erinnert mich mehr an so ein so Cream-Ding. Ich weiß nicht. Das ist halt, wo du das Produkt halt platzierst. Da muss man es dann irgendwie versuchen zu verblenden. Es ist irgendwie sehr kompliziert. So sieht das jetzt aus. Das hat so lange gedauert, das jetzt so hinzubekommen. Ich bin auch immer nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Aber gut, ist jetzt halt so. Wir haben dann auch den Blush in der Palette. Es war halt super pigmentiert. Und wo du das Pigment dann halt hingegeben hast, da war es dann halt schwer, es leicht zu verblenden. Ich fand es irgendwie sehr, sehr, sehr schwer. Ich bin jetzt gespannt auf den Blush-Ton. Pigment ist auch hier wieder. Ich bin gespannt. So pigmentiert. Das ist Wahnsinn. So sieht jetzt das Ergebnis aus. Ich packe jetzt mal Highlighter und Setting-Spray drauf und dann quatschen wir ein bisschen drüber. So, jetzt habe ich Setting-Spray und alles ist oben. Ich würde sagen, also Lid ist auch gesättet. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Make-Up-Look und am Schluss besprechen wir nochmal alles durch. Ich mache zwei verschiedene Organ-Make-Up-Looks und ich würde sagen, wir starten gleich. So, und zwar beginne ich mit dem Ton Honey. Den baue ich mal in der Crease auf. Sehr, sehr pigmentiert ist es. Aber es ist halt... Also Anastasia Beverly Hills hat halt sehr, sehr viel Fallout. Die pressen halt ihre Lidschütten sehr, sehr, sehr soft. So hat sich aber jetzt wunderschön verblenden lassen. Jetzt gehe ich mit Rouge ran, um das ein bisschen zu vertiefen. Auch hier ist es pigmentiert. Sind es jetzt irgendwas, irgendwelche Lidschütten, die man noch nie gesehen hat? Nein, es gibt... Man muss ja dazu sagen. Also wie Anastasia Beverly Hills auf den Markt gekommen ist, gab es ja noch nicht so viele Brands. Mittlerweile haben wir ja... Oh Gott, wie viele Brands haben wir eigentlich? Also ich meine, ich mache ja nur tierversuchsfrei. Aber so generell... Es sind ja schon fast 1000 Brands, wenn nicht sogar mehr. Ich meine, kommt halt drauf an, weltweit sind es wahrscheinlich noch mehr. Das sind wahrscheinlich so 10.000, wenn nicht sogar noch mehr. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt will ich aber sagen, möchte ich das noch ein bisschen vertiefen. Und zwar mit Deep Berry. Den hier. Und das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Also Berry. Es wird jetzt ein bisschen Berry-Ton mäßig sein. Ja, es ist so ein bisschen ein... Ja, es ist mehr ein Berry-dunkler Ton. Es ist kein Braun in dem Sinn halt. So, es ist jetzt nicht mein Favorite-Shade, muss ich dazu sagen, dieses Deep Berry. Weiß ich nicht. Und da drauf würde ich jetzt gerne Fire Opal drauf geben. Okay, Schimmer ist auch super, super soft. Okay, sehr, sehr, sehr hübscher Schimmer. Also diese Berry-Farbe ist super patchy und gefällt mir nicht sehr gut. Ich werde jetzt mit Honey da noch ein bisschen drüber gehen und versuchen, diese Patchiness zu verstecken. Ein bisschen hat es funktioniert, aber es ist nicht mein Favorite-Shade. Definitiv nicht. So. Auf der anderen Seite gehen wir mal mit Mango rein, dieser helle. Bin mal gespannt. Lässt sich sehr, sehr, sehr schön aufbauen. Ja, der ist schön, der ist schön. Den kann ich mir schön vorstellen. Einfach einen Schimmer drüber packen und fertig. Der Look ist sehr schön, aber das machen wir heute nicht. Jetzt würde ich gerne mit Claret reingehen und ich bin gespannt. Ich möchte das jetzt eben vertiefen. Der ist wieder sehr fallouty. Gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Pigment ist auf jeden Fall da, aber ich habe halt Angst, dass es wieder so ein bisschen patchy wird. Das ging jetzt recht gut. Da bin ich jetzt ziemlich zufrieden damit, mit dem Ergebnis. Und da drauf packen wir den Ton Pony. Das ist dieser Pony. Verstehe ich auch nicht. Also Peony. Das ist wahrscheinlich eine Flume. Eine Flume ist es. Eine Blume vermute ich mal. Die ganze Pony. Warum Pony? Alle sind so fancy Names und dann Pony. Aber jetzt fände ich es wieder ein bisschen cool, wenn das Pony heißen würde. Obwohl es ergibt wenig Sinn. So. Aber auch der ist finde ich recht schön. Ja. Fordert ist auf jeden Fall auch im Gesicht. Das heißt, da gehe ich mit dem Puderpinsel drüber. Lass dich aber gut wegwischen. So. Jetzt machen wir unten die Lashline. Und zwar auf der Seite gehe ich mit Rouge rein. Und auf der Seite gehen wir mit Prime Rose. Und zwar dieses Lider mit so Glitzerdingern drinnen. So. Das hat gut funktioniert. Jetzt möchte ich auf der Seite gehen wir mit Sparkling Amber rein. Diesen Gold. Ich denke, dass das ein richtig schöner Tön ist. Ja, aber richtig soft. Also da aufpassen. Da nicht volle Kanne mit dem Pinsel rein. Sonst schaut das danach nicht mehr so schön aus. Ist natürlich kein Inner Corner Shade. Das ist natürlich... Hat nicht viel Wumms und macht den Look eher mehr so weird. Ich mag es halt gern, wenn es mehr poppt innen drin. Aber so. Jetzt machen wir Rose Water. Der kaputte Shade machen wir auf der Seite. So sieht das aus. Ich habe jetzt überlegt, habe ich euch die Palette von Nahen gezeigt? Wenn nicht, dann bekommt ihr sie hier mal zwischendrin. Als, ähm, so sieht die Palette aus. Ich meine, ihr habt sie vermutlich eh... Kennt ihr sie und habt auch schon Fotos von ihr gesehen. Aber ich zeige es euch... Habe ich es euch jetzt nochmal gezeigt. Ich swatche dann eh noch die ganze Palette. Ich würde jetzt sagen, ich klatsche Mascara drauf. Und dann machen wir eh schon Swatches. So, jetzt ist die Mascara auch oben. So sehen die beiden Looks aus. Das sind wirklich schöne Looks, kann man nicht sagen. So, und da sieht sie auch ein bisschen mehr den Bronzer und den Blush von Nahen. Mhm, 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 mhm. Yes. Ich würde sagen, ich swatch jetzt die Palette und dann machen wir noch meine Meinung. So sehen die Swatches aus. Sind natürlich schöne Swatches, kann man wirklich nichts sagen. Ich habe auch gemerkt, natürlich die, vor allem der Goldton ist super, super soft. Also ich würde mit der Palette auf keinen Fall auf Reisen gehen. Also Flugzeug, also wenn dann ins Handgepäck diese Palette geben, also da wäre jetzt eher danach ziemlich traurig sein, weil ich würde mit der niemals fliegen, weil da wüsste ich... Also wenn, würde ich sie ins Handgepäck geben und halt muss halt dann immer dran denken, nicht die Tasche zu sehr hin und her schmeißen und vorsichtig hinlegen, weil sonst ist die Palette kaputt. Also für mich ist das mehr eine Palette, die ich zu Hause mehr benutzen werde. So, das sind jetzt die letzten Swatches. Die beiden Töne hier. Das ist einmal der Blush, der Bronzer, beziehungsweise beide der Blush. Für mich halt Bronze und Blush. Und da, ich meine, Bronze-Tone ist wunderschön, aber auch sehr, sehr, sehr vorsichtig damit umgehen, würde ich sagen. Und da mit dem Baritone, wo ich gleich dazu kommen werde, dass das nicht mein Favorite Shade ist. So, jetzt kommen wir zu meiner Meinung und zwar... Was sage ich zur Anastasia Beverly's Prime Rose Palette? Ja, das wäre meine Meinung in Geräuschen. So, jetzt, was sage ich dazu? Also, ich finde die Palette an sich, ja, ist cute, ist cute. Die zwei Face-Produkte, äh, why? Finde ich schwer, finde ich sehr, sehr schwer, wie wir auch in New Makeup Releases besprochen haben. Also, es ist halt wirklich schwer, dass dann halt die... Dass halt, dass für alle Hauttöne und dann der Bronzer war ein bisschen... Oder der Blush ist was schweres. Es war... Es hat mir auch von der Qualität her nicht gefallen. Für mich, für meinen Hauttonen, vielleicht bei dunkleren Hauttönen, dass es besser aussieht. Bei mir, ah, es ist auf keinen Fall mein Favorite. Also, mit denen kann ich auf jeden Fall... I don't need them. Also, wenn die aus meiner Collection verschwinden, wäre ich nicht... Oh mein Gott. Also, wäre ich eher so... Okay. Okay. Die Lidschatten. Finde ich an und für sich, äh, sind gute, schöne Lidschatten. Der einzigste Ton, der mir überhaupt nicht gefallen hat, ist dieser Deep Berry. Weil er einfach patchy war. Er war patchy, schon schwer mit ihm zu arbeiten. Man hat es dann hinbekommen, aber... Äh, ein bisschen difficult. War jetzt nicht mein Favorite. Muss ich dazu sagen. Also, das Palette an sich, cute, aber man braucht es nicht unbedingt. Also, wenn ihr nicht sagt, oh mein Gott, das ist genau das, wonach ich suche. Also, die Schimmer waren halt sehr schön. Aber halt auch, wie gesagt, nicht auf Reisen mit der Palette gehen, weil die ist dann kaputt. Und, weil ich meine, sie hat ja nicht einmal die Lieferung mit Styroporen, was da nicht alles drin ist, äh, hat sie nicht überlebt. Also, ähm, no. No. Also, okay. Sie ist okay, aber es ist nichts, was mich vom Rock gereist. Ihr merkt es auch an meiner Stimmung. Ich bin halt so... Also, es hätte besser sein können. Es kann auch sein, dass die Farbzusammenstellung natürlich nichts Besonderes ist. Aber es ist eine gute Basic-Farbzusammenstellung. Also, so für Everyday. Und man kann ja auch sehr smoky gehen. Nur, dass ich halt diesen Baritone wirklich nicht so toll finde. Man kann damit arbeiten. Aber es ist halt... Ich finde halt, bei so einem Preis sollte es halt... Da sollte es funktionieren. Das sollte ich nicht. Uh. Also, mhm. Vor allem nach der Glam Light. Also, es gibt so viele... Es gibt so viele tolle Brands. Das ist nicht mein Favorite. No, I'm so sorry. I'm so sorry. Aber ich würde sagen, ich beende jetzt das Video und sage vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwann habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich immer freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runtergebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich super freuen. Wenn ihr kommentieren würdet, schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es von euch. Denn könnt ihr mir auch super gerne auf Instagram geben. Da bin ich natürlich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss.